Hallöchen Wir sind wieder zurück in Minecraft Und nachdem jetzt das Fiasko mit der Folge war Wo die Datei plötzlich korrupt wurde und ich das nicht hochladen, äh, rendern konnte Geht es jetzt hier hoffentlich ganz normal weiter, ich weiß es nicht so Mein Mikro ist gerade gerade in blöde Position So, jetzt puße ich auch nicht mehr rein Ähm, und ja, was wollten wir jetzt machen? Das ist eigentlich eine gute Frage Ich würde sagen Achso, wir waren gerade beim Holzsacken Hm, dann gehen wir doch erstmal noch ein bisschen mehr Holzschlagen Und zwar machen wir das so Stimmt, wir hatten ja keine Axt oder so dafür, deswegen sind wir vollkommen unbeholfen da losgelaufen Wird ihr gerne auch gleich oder im Laufe der nächsten, sag ich mal, 20 Folgen Hier das Mit dem wir unten verbinden, also durch den unterirdischen Gang Und sonst hier mal bald den Boden reinziehen Wird mir auch sehr gut Ja, ähm, irgendwie ist bei mir Minecraft gerade sehr laut Ich hab's immer noch auf, ich mach's mal so Hintern läuft ja immer die Musik Aber beides auf einmal dann Deshalb hört man mich nicht mehr Weil mich ja sowieso nicht rum Aber naja Das ist jetzt ein anderes Thema Hey, Slepplings Ein Wesen betritt mein Zimmer, ich weiß nicht was es ist Es ist mein Bruder Er sieht nicht sehr glücklich aus Nimmst du auf? Nein Ähm, ja Ja, ich Bin grad etwas verwirrt Weil ich hatte gedacht Dass die Slepplings schneller wachsen Also wenn ihr einen Idioten habt im Hintergrund Das ist mir leid Jetzt werde ich hier wahrscheinlich davor irgend so ein FSK 18 machen müssen Weil der ja schon geflucht wird So, ähm, dann würd ich mal fast sagen, wir ziehen jetzt den Boden in unsere kleine Hütte Ah, das sieht von außen doch scheiße aus, oder? Hier die Ecke, die machen wir jetzt weg Obwohl ich es hier eigentlich gerne behalten würde Wenn ihr Gesang im Hintergrund hört, das bin nicht ich Ihr werdet wahrscheinlich die ganzen nächsten 5 Folgen Einen nervigen, komischen Ein nerviges, komisches Kleinkind hören Im Hintergrund Das tut mir sehr leid Nein, er ist nicht älter als ich, nein Oh Ich werd, glaub ich, die ganze Audio hier übertönen mit engener 100% aufgedrehten Zelda Musik Weil, naja Okay, ähm Jetzt hier die Fackeln, na super Und, der Sand Aber jetzt machen wir's grad so Ähm, Schippe Das ist das ganze jetzt mit Holz auskleiden So, heute bleibt's noch bei Minecraft, aber morgen fangen die anderen Let's Plays an Und, natürlich auch Minecraft Also, ich denk mal, das ist ja so machen Jetzt jeden Tag eine Folge Minecraft Probiere, jeden Tag eine Folge Minecraft hinzubekommen Und Jeden Tag eine Folge fliegendes Bett Okay Ich will auch ein fliegendes Bett Das macht sich voll geil daheim Ja So Boah Schnieg, oder? So Ähm Döp döp Nein Ähm So Ich würde auch gleich mal gerne in unsere alte Hütte gehen Darüber in diesen abgetrennten Waldteil Und mal gucken, ob wir da noch irgendwas liegen lassen haben oder die Fackeln da mitnehmen können Wäre doch echt was Schönes Und wir brauchen Kohle Die, glaub ich, gab's da auch noch Deswegen rennen wir da am nächsten Tag jetzt mal rüber Standort sind nicht zu lang, wir haben jetzt ein Bitch So Sand, 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 Sand Also, für mich ist gerade relativ langweilig, aber hier ist halt eine Musik, die ich vorstelle trotzdem ein bisschen langweilig sein, aber naja, was soll's, müsst ihr durch, meine vier Abonnenten, ha ha ha. Und jetzt fängt das Gelächter an. Also, wenn irgendjemand hier die Adresse haben will, um mit einem Gewehr herzukommen, können sie euch gerne per PN schicken, also nur Bescheid sagen. So. Warum hab ich jetzt nicht zwei Türen gemacht? Ah, okay, deswegen. So, wir sind doch ordentlich. Also, ich. Nein! Ich würde gerne auch bald die einen Stütter ein bisschen verschwinden, also, das kann man gar nicht schon mal sagen. Hier so, 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 so. Hmm. ngày Ouais. Na, ja, das sieht jetzt noch nicht so toll aus. Das machen wir gleich mit Klinis Spitzhacke Eine Spitzhacke Eine spitzige Hacke Und jetzt Gute Nacht Sag Gute Nacht, Jan Als es hier mein Bruder heißt Ich glaube, Let's Play Together mit meinem Bruder wäre echt geil Hey, Sand So, und dann laufen wir doch mal Zur alten Hütte Da gab es nämlich noch Kohle Kohle Und Hüpf Ja, hat doch geklappt Das sieht doch auch geil aus, oder? Hier Kann ich hier irgendwas planschen? Ja Hey, Kohle Genau das wollte ich Ich will nur Kohle von euch Und sonst auch nichts Nichts Das Kohle Um in dieser Welt überleben zu können Kohle, Kohle, Kohle Ja, woher kann es jetzt? Ja Das ist ein Ohrwurm Spielt nicht Pokémon Krankheit Tom, noch mehr Kohle Ich will diese Kohle haben Los Komm her Hey Wer macht die Kohle hier hin? Ganz im Ernst Das ist doch voll die unverteilhafte Position für Kohle Idioten So, wir haben jetzt schon wieder unser kleines Messi-Inventar Ja Die nächste Folge von Minecraft von halb Mittag Die ich aufgenommen Ist im Moment am Hochladen Diese korrupte Folge da Die in der Mitte voll den Schnitt hat Outer City FTV hat mir erlaubt Diese Gesprächsaufnahme da zu machen Hey Das ist ja noch mehr Kohle Genau das suche ich doch Nur das Sein Nein, das war dumm Ich sollte vielleicht bald mein Brot anbauen Mein Bruder sinkt Kohle Kohle Ich nenne dir glaube ich die Folge der Dialoge mit meinem Bruder Was auch immer der Plan war Oh, Pokémon ist so ein Ohrwurm Eigentlich will ich hier oben drauf eine Hütter Walken Dann Hey Schneeball werfen Wenn Schneeball werfen Wenn Schneeball werfen Sollen wir so mal in der Crew töten? Komm, ja, wir tüssen es mal so. So. Warte mal, ich stehe da. So. Go! Ich schüpf hier aber nicht runter. Head-Charge, voll ins Knie. Head-Charge. Stirbst du wohl mal? Muss ich jetzt noch nachhelfen? Meheh. 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 Ich老 KirCH, komm! Vielen Dank.